Ich heiße Monika, komme aus dem Bergischen Land und wir befinden uns hier in der Nähe von Leipzig. Ich habe an einem Wochenendseminar teilgenommen über die weibliche Kraft und es hat sehr viel transformiert, viel verändert, Mut gemacht, Kraft gegeben. Ich bin sehr erfüllt, auch ein bisschen erschöpft, voller Erfahrungen und sehe dem Leben wieder mit sehr positiven Augen entgegen und ich kann es jeder Frau empfehlen, die Kleinigkeiten oder große Sachen in ihrem Leben verändern möchte. Es lohnt sich. Vielen Dank.